Hallo Freunde, am 10. November 2018 waren wir dann im Schützenhaus Leibheim. Wir waren da zu Gast der Kanye Western Music Friends Kötz, die uns damals zu dieser Veranstaltung eingeladen hatten. Es war eine wirklich gut gelungene Sache, die Linedancer hauptsächlich sind gut auf ihre Kosten gekommen, die sind also mit unserer Musik sehr gut klar gekommen, das hat ihnen viel Spaß gemacht. Und ganz nebenbei bemerkt, die Veranstaltung war nahezu ausverkauft. Wir haben an diesem Abend auch unserem guten Freund und Fan Jürgen Merz gedacht, der leider im August plötzlich verstorben war. Jürgen war einer unserer treuen Gefolgsleute, kann man so sagen, der also bei vielen unserer Veranstaltungen anwesend war und der unsere Musik auch immer gern gemocht hat. Wir werden Jürgen immer im Gedächtnis haben. An diesem Abend haben wir dann auch quasi die Saison 2018 beendet. Wir haben uns dann wieder vorbereitet auf die Proben, um im Jahre 2019 dann erneut erfolgreich anfangen zu können. In diesem Sinne, liebe Freunde, bleibt gesund und bis demnächst wieder, euer Frankie. Musik 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 Ja! 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 Das Verletz, der will die Musik, der will sie singen, sonst geht die Dinge auf und auf. Die Hände, die Grauschen und Leider, die Schau'n nur nach Dorn, wie es lebt. Die junge Ahle wird draußen, weil der Karin liegt im Meer. Die junge Ahle wird draußen, weil es steht im Echtpunkt, 2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020